Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video über Luminar 3, wo ich dir die wichtigsten Funktionen und Einrichtungen des Arbeitsbereichs zeige und ein kleines Valentinstag-Spezial, wo du am Ende dann nochmal Informationen dazu bekommst. Mein Name ist Andreas und falls du es noch nicht getan haben solltest, kannst du gerne diesen Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken, dann wirst du benachrichtigt für kommende Videos rund um die Fotografie. Ja, der Arbeitsbereich, jetzt sieht es hier erstmal sehr wirr aus, wenn man alle Fenster auf hat und dazu kann man sich das einfacher gestalten, indem man hergeht und sagt, okay, ich klicke hier oben auf das Symbol, dann blende ich mir schon mal unten die Leiste der Vorschauen, der Presets, der Luminar Looks aus. Dann kann ich hier auf der linken Seite mit diesem Button mir auch den Filmstreifen ausblenden, den Seitenstreifen oder die Seitenleiste, die sollte ich mir nicht ausblenden, denn hier sind meine Filter eben drin. Ich kann mir zusätzlich noch die aktuellen Fotoaktionen ausblenden, das wären dann diese kleinen hier unten, wo steht, welches Bildformat das ist und Dateiname und hier die Favoriten oder die Katalogisierung, wenn man es sortieren möchte oder auch löschen könnte. Die nehme ich jetzt auch mal raus und jetzt sieht das Ganze schon mal etwas aufgeräumter aus. Du siehst auch schon, das Bild ist wesentlich größer zum Bearbeiten. Ein weiterer Punkt ist, du siehst ja hier außen jetzt einen dunkelgrauen oder grauen Rahmen. Auch diesen kannst du dir unter Darstellung, Hintergrund, kannst du dir diesen einstellen auf dunkel, dunkelgrau, grau, hellgrau oder weiß. Wir machen das jetzt mal in weiß und du siehst schon, das gibt jetzt eine ganz andere Wirkung auf das Bild. Und wenn ich es jetzt auf ganz dunkel mache, also auf schwarz, ist es nochmal eine andere Wirkung. Empfehlen würde ich dir, so ein grau oder dunkelgrau zu nehmen, denn da kannst du das Bild von den Farben und von der Helligkeit am optimalsten beurteilen. Ganz dunkel, also schwarz oder weiß, wäre hier nicht sinnvoll. Also ich nehme hier so ein mittelgrau dementsprechend. Der Arbeitsbereich findet sich hier auf der rechten Seite und hier siehst du schon einmal ein paar Filter aufgepoppt. Hier oben kannst du dir verschiedene Filter oder Arbeitsbereiche einblenden lassen mit verschiedenen Filtern. So rum ist es richtig. Du siehst hier, ich habe hier einen Andi benannt und den klicke ich jetzt mal an. Dann geht diese Bearbeitung von dem Bild jetzt verloren erst mal, denn hier habe ich jetzt meine Filter, die ich so am häufigsten, sage ich mal, verwende, mir schon mal reingepackt. Ich kann aber auch einen anderen nehmen, zum Beispiel hier schnell und genial. Das wäre jetzt etwas, wo ich sage, gut, wenn du ganz am Anfang der Bildbearbeitung stehst und noch nicht so viel über die Bildbearbeitung weißt und die Regler, dann hast du hier die Möglichkeiten, dir mit ein paar wenigen Reglern das Bild schon mal aufzupeppen. Wie viel du dann hier machst oder nicht, das bleibt dann dir überlassen. Du siehst schon, du kommst jetzt nicht mehr zu dem Ergebnis, wenn du es jetzt richtig bearbeiten würdest, weil du jetzt hier nicht so viele Möglichkeiten hast. Das ist aber auch vom Bildmotiv unterschiedlich. Aber hier ist jetzt schon mal deutlich mehr zu sehen an Zeichnungen und ein bisschen dramatischer auch die Wolken. Das ist natürlich so ein kleiner Nachteil, weil dieser X&D-Eye-Filter hier auch das Ganze so ein bisschen im Kontrast verstärkt und dann auch selbstverständlich auf die Farben, der geht die Kontraste. Du merkst schon, auch die Farben verstärkt sich, wenn ich den hier raufziehe. Und dementsprechend auch die Kontraste wird, aber es wird gesamt heller. Aber also das ist jetzt schon mal eine Verbesserung zum Originalbild. Dann gibt es natürlich hier noch den professionellen Bereich. Es sind ganz andere Filter da und so weiter und so weiter. Je nachdem, was du für dich haben möchtest. Jetzt bleiben wir hier mal bei dem professionellen Bereich. Und du siehst schon, hier sind einige Filter mehr drinnen, als in diesem Schnellung Genial. Und das Ganze wird auch relativ schnell unübersichtlich, wenn du hier dich durch die ganzen Filter rauf und runter scrollst. Dann kannst du die natürlich alle klein machen und ausschalten. Dann wird es ein bisschen übersichtlicher. Einfacher ist es, wenn du dir unter Bearbeiten deine Filter auf Einzelbildansicht gehst. Denn was passiert jetzt? Jetzt sind die Filter alle automatisch geschlossen und nur dieser Filter, den du jetzt tatsächlich anwendest, wird dann aufgeklappt. Also wenn ich jetzt hier die einzelnen Filter anklicke, dann werden auch nur diese aufgeklappt. Und jetzt könnte ich ganz normal mit dem Entwickeln beginnen. Jetzt habe ich ja hier eine ganze Menge an Filtern drinnen und das Ganze ist deutlich übersichtlicher. Du kannst dir natürlich, so wie ich, irgendwann mal einen eigenen Workflow entwickeln und dir sagen, okay, ich nutze am häufigsten diese Filter oder wie sie hier eben vorgegeben sind. Ich mache mir einen eigenen Filter oder Arbeitsbereich für Landschaften, für Porträt oder Sonstiges. Und dann kannst du dir diese hier abspeichern. Wie funktioniert das? Du siehst es hier schon darunter als neuen Arbeitsbereich speichern. Wir könnten jetzt also sagen, wir löschen jetzt mal den Arbeitsbereich komplett und gehen jetzt in die Filter hinzufügen, Galerie rein. Die kann ich hier immer ein- und ausschalten oder ich muss gar nicht hier oben drauf drücken, einfach hier klicken, 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 ein, aus. Dann kann ich mir hier die ganzen Filter, die es gibt, in Luminar mir dementsprechend hinzufügen und dann sage ich, die RAW-Entwicklung brauche ich mal unbedingt, um so mal die Grundeinstellungen zu machen. Und dann füge ich noch diesen hinzu und jenen und so kannst du dich dann hier durchsetten durch die einzelnen Filter. Du siehst schon, diese sind hier nochmal unterteilt und das sieht man auch hier oben ganz schön in die Wesentlichen. Da sind hier die wesentlichen Korrekturen drin, in die Problemlöser. Da sind solche Filter eben drin. Und wenn ich mir alle anzeigen lasse, dann siehst du es auch hier, wesentlich ist eine Unterteilung. Dann kommen hier die Problemlöser, die kreativen Filter, die professionellen Filter und die Werkzeuge nochmal dazu. Solltest du mal einen Filter aus dem Riesenfilterkatalog ad hoc hier nicht finden, dann kannst du den hier auch oben direkt in der Suche eingeben und dann wird er dir angezeigt. Also mal angenommen, du willst jetzt die Struktur verbessern, dann gibst du hier oben in der Suche einfach ein Struktur und dann siehst du schon, was mit Struktur zu tun hat. Das wäre also der Strukturfilter dasselbe unter Wesentliches. Kreativkörnung hat ja auch was mit Struktur zu tun und ebenso die Mikrostruktur unter dem professionellen Bereich. Dann kannst du es hier wieder löschen, dann tauchen wieder alle Filter auf. Und so kannst du dir deinen eigenen Arbeitsbereich hinzufügen. Machen wir mal hier einfach nochmal die RAW-Entwicklung und dann sagst du dir, ich will noch den ASEN-DI-Filter, diesen Sky Enhancer will ich haben. Klarheit brauche ich oft, Bildrauschen brauche ich, Detailverbesserung will ich haben. Dann möchte ich ja immer auch gern so einen matten Look haben, so einen Instagram-Style, der hier schon mit vorgegeben ist. Und das war es jetzt mal für den Anfang. Und dann kannst du sagen, okay, das gefällt mir jetzt so und du wirst dann auch hier oben schon sehen, das ist jetzt ein benutzerdefinierter Arbeitsbereich und diesen kannst du jetzt als neuen Arbeitsbereich speichern. Du vergibst dem Ganzen dann dementsprechend einen Namen hier oben und speicherst ihn als neuen Arbeitsbereich ab. Das tue ich jetzt nicht, ich breche das Ganze ab. Und somit bekommst du jetzt hier dementsprechend deinen eigenen Arbeitsbereich. Du siehst auch, wenn ich hier über diese einzelnen Filter drüber gehe, immer die Einblendungen links daneben. Dramatisch, ein kreativer Filter, mit dem nur die Sättigung und so weiter. Es steht also hier immer drinnen, was dieser Filter bewirkt. Sollte das bei dir nicht angezeigt werden, liegt es daran, dass diese Information hier ausgeschalten ist. Und du siehst schon, wenn ich jetzt hier durchgehe, werden mir diese nicht mehr angezeigt. Diese Information kannst du dir also einblenden lassen und dann wird dir hier dementsprechend angezeigt, was dieser Filter auf deinem Bild bewirkt, was für Vorgänge dort stattfinden, sodass du ein besseres Bild dir machen kannst, wofür dieser Filter denn gut ist. Denn ja, viele Filter kennt man unter Umständen aus anderen Bildbearbeitungsprogrammen oder sind auch irgendwo selbsterklärend, ja, so Klarheit oder Grün verbessern. Ja, der wird das Grün verbessern und das steht dann dementsprechend dort. Es gibt aber so ein paar Filter, wo du vielleicht nicht genau weißt, was dieser genau macht. Was ist zum Beispiel ein Kanalmixer, ja, dann kannst du dir hier das dementsprechend dir anzeigen lassen und so verstehst du dann auch die einzelnen Filter und kannst sie für deine Bildbearbeitung dementsprechend anwenden. Ja, so kannst du dir also deinen eigenen Arbeitsbereich gestalten. Das ist eine sehr, sehr coole Sache und gerade zu anderen Bildbearbeitungsprogrammen wie zum Beispiel Lightroom, denn Luminar wird ja auch so ein bisschen als Lightroom oder die Firma Skylum sagt ja selbst oder gibt vor, dass Lightroom so die Alternative ist oder andersrum, Luminar 3 wäre die Alternative zur Lightroom. Und da ist es tatsächlich so, du hast hier also wirklich mehr Möglichkeiten. Zum einen hast du viel mehr Filter und zum anderen hast du eben die Möglichkeit, dir deinen Arbeitsplatz selbst zu gestalten, dass es so einen Lightroom nicht gibt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Also wenn die die Filter hier stören, du solltest natürlich aufpassen, achte mal hier drauf an der Seite, wenn du jetzt ein Bild bearbeitest, dann kann es dir passieren und du willst es jetzt maskieren, da musst du hier natürlich aufpassen, dass wenn du beim Maskieren, dass du ganz rausgehst und das ist dann oft hilfreich, auch den Filter hier mal kurz wegzumachen, um hier dementsprechend ganz auszumaskieren. Du kannst natürlich auch dir das Bild dementsprechend vergrößern oder nochmal verkleinern. Das ist also dann ganz dir überlassen. Du siehst auch hier die Bildschirmanpassungen, was den Zoom-Effekt anbetrifft, kannst du dich dementsprechend ins Bild rein- und rauszoomen und wenn du trotzdem schon auf dem Minimum bist und dir hier der Filterkatalog überlappend ist, dann kannst du den dementsprechend ausklicken, um hier besser zu maskieren. Denn das passiert öfters mal, dass du ein Bild maskierst. Ich mache es jetzt gerade mal hier mit dem AS&I-Filter und sage, ich möchte jetzt aber hier nur den Untergrund, also die Berge und die Wiese hier von dem Filter betreffen und die möchte ich dementsprechend maskieren. Jetzt habe ich schon die Filter, jetzt lasse ich nochmal die Filter hier eingeblendet, die möchte ich also maskieren und male mir jetzt diesen Effekt nur hier unten rein ins Bild. Jetzt siehst du schon, jetzt wird auch hier eine Maske angelegt und ich arbeite diesen Effekt jetzt nur hier unten in das Bild rein. Ich mache das nochmal so ganz grob, ist gar nicht wichtig, wie genau. Und jetzt kann es dir eben sein, dass du hier eben aufhörst mit der Bearbeitung und der Filterkatalog hier an der Seite ja noch drüber steht und du vergisst dann hier eben auch dementsprechend zu maskieren. Also das nochmal so als kleinen Tipp nebenbei und dann kannst du das hier dementsprechend dir so rein maskieren und dann hast du eigentlich jetzt nur diesen Filter auf den unteren Bereich angewandt. Ja, das war eigentlich alles, was du zum Arbeitsbereich erstmal wissen musst. Das gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten. Solltest du hier die Einstellungen irgendwie ganz wirr gemacht haben und nicht mehr wissen, wie du wo was gemacht hast, gibt es dann noch hier oben die History, also den Verlauf, wo du dir das Bild aufs Original zurücksetzen kannst oder hier die einzelnen Schritte zurückgehen kannst und du genau siehst, wo habe ich hier was gemacht. Also jeder einzelne Pinselstrich, den ich hier gerade mit diesem Filter gemacht habe, wird hier aufgeführt und auch immer die dementsprechenden Werte, die ich bei dem Filter vorgenommen habe. Das ist also so eine sehr, sehr coole Funktion, wo du sagst, oh der letzte Schritt oder die letzten Schritte waren nicht ganz so gut und mir haben die davor besser gefallen, dann gehe ich hier wieder dementsprechend zurück oder ich scroll ganz runter, weil ich will die Originalfassung haben und mache nochmal alles von vorne, weil mir irgendwie hier das nicht gefallen hat oder ich klicke einfach hier auf Original zum Ausblenden, einfach hier wieder draufdrücken, dann wird der Verlauf wieder ausgeblendet. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie du mit Ebenen arbeiten kannst, ist jetzt aber erstmal nicht wirklich relevant, was den Arbeitsbereich anbetrifft. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen über den Arbeitsbereich. Versuch dich hier einfach mal reinzufuchsen, dir deine Filter rauszusuchen, mit denen du am häufigsten arbeitest oder die du vielleicht auch aus anderen Bildprogrammen kennst, die dir schon geläufig sind, wie zum Beispiel Lightroom und such dir die passenden Filter, die du 1 zu 1 in Lightroom hast, durchaus mal raus, erstelle dir deinen eigenen Arbeitsbereich und speichere ihn dir hier als Arbeitsbereich ab und benenne ihn dementsprechend, wie du möchtest und kannst dir dann noch immer jeweils zusätzliche Filter hinzufügen. Ja, dann bin ich jetzt hier in, sagen wir mal, ja, gehe ich in den Landschaften rein und jetzt tauchen diese ganzen Filter auf und jetzt ist aber hier ein Filter, den ich irgendwie noch gar nicht drin habe, den ich aber gerne haben möchte und jetzt nehme ich mal einen, welcher ist noch nicht drin, glaube ich, dieser Matlook, dann wird der dementsprechend mit hinzugefügt und ich kann mir auch auf Basis dieses einen Filters, den ich vorher hatte, mir jetzt noch weitere hinzufügen dementsprechend und dann auch diese wieder als neuen Arbeitsbereich speichern und sagen, okay, das ist jetzt mein Arbeitsbereich, das sind die häufigsten Filter, die ich für meine Art der Fotografie oder meine Art der Bildbearbeitung benutze und nochmal, solltest du unterschiedliche Bildbearbeitungen oder Motive haben, dann kannst du es ja hier, wie es auch ist, dir dementsprechend einstellen und zu sagen, okay, ich habe jetzt einen speziellen Workflow und Filter, die ich für Landschaften häufig nutze oder für Porträtbilder oder zum Beispiel für Architektur oder wie hier zum Beispiel Schwarz-Weiß. Ja, also du siehst schon bei Schwarz-Weiß, da ist jetzt dann auch nicht so viel mit drin. Ja, dann hoffe ich, hat dir das Video gefallen über den Arbeitsbereich und du weißt jetzt erstmal alles Wissenwertes. Solltest du noch Fragen haben, schreib es einfach in die Kommentare rein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Ja, und solltest du den Kanal noch nicht abonniert haben, dann tu dies und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. und als Valentinstag-Spezial, habe ich euch ja am Anfang gesagt, gibt es noch ein Goodie dazu. Die Firma Skylum hat jetzt die nächsten Tage, ich blende die Daten nochmal mit ein, einen Valentinstag-Spezial, wo es die Software eben statt der ursprünglichen 69 Euro für 49 Euro gibt. Und ich glaube, es gibt sogar nochmal einen Bundle-Preis mit Aurora HDR zusammen. Ich blende euch das nochmal mit ein, weil ich jetzt die Daten gerade nicht auswendig im Kopf habe und den Link packe ich unten in die Shownotes mit rein und da klickst du drauf und kannst die Software eben für die nächsten Tage deutlich günstiger für 49 Euro halten, falls du sie noch nicht haben solltest. Also, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss, tschüss, euer Andreas.